Damit funktioniert das. Ja, ich hebe mir tatsächlich gerade den Schuss auf, weil da oben ist noch ein dicker. Fuck, ja klar, anstatt den kurzen Weg zu nehmen, lauf doch raus rum, du öter Enes. Oh Gott, ist jetzt fast ein Fehler gegangen. Ich bin durch die Tür gegangen, das war nicht mein Plan. Wir können ihn versuchen abzuwerfen, aber es hat nicht so ganz geklappt. Scheint kann man damit keine Leute töten, wenn man wirft. Oh Gott. Okay, gib mir das. So, Shotgun. Oh Gott, geht doch. Weiter geht's. Er hat keine Fernwaffe, dann kann man auch einfach eine Pistole nehmen. Oh Gott. Ja, lebt doch noch länger, du von und zu, McSchwabbel-Buck. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Den braucht man nicht mehr. Den braucht man nicht mehr. Den braucht man nicht mehr. Och, jetzt kommen. Oh Gott. Ah. Ah, Fik. Das? Ernsthaft? Der sieht mich nicht. nicht aber der sieht mich das ist schlecht das war noch man ich hasse den Kerl China Dudes das war auch so Lalla hallo ist mir gerade die Situation nicht glücklich das auch nicht der Mick Schwabbel Dude wollte ich gar nicht dann triggern wir erstmal den hier machen wir damit den oberen unter anderem Mick Schwabbel Dude sehr schön jetzt haben wir nämlich eine Schrotze klick den da ist das da noch einer steht ich hab geklickt du Hut ach ne da hab sie plötzlich trainieren erstmals über dem die beiden ausschalten die beiden ausschalten ihn ausschalten ihn ausschalten ihn ausschalten ja das sieht auch schon mal nicht schlecht aus kann man inzwischen speichern das ist die stelle ich jetzt ziemlich doll wir nehmen da oben ein der kommt jetzt und wir haben andere Seite ein den ziehen wir uns aber von der anderen Seite um den längeren Laufweg zu haben das sieht ja nett aus hier raus und dann nach unten da ist ein das ist ein Geil für ihr wir können ja das habt ihr euch bitte oh Entschuldigung ich kann ja nicht abschießen so great D plus naja und danach da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu erzählen wo ging sie nach ich rufe noch denn wenn ich vor allem darf ja warum soll ich ihnen das nicht sagen nach Hawaii und deswegen brauche ich auch sie damit sie mir Flugticket besorgen das nicht für mich ist das ist für meine Mutter ja ich mache mir große Sorgen um sie braucht jemand der sich um sie kümmert ich hoffe sie können sie dazu bewegen hierher zu kommen ich stehe wo ist noch mein Kontostand prüfen wer das Geld schon irgendwie auftreiben ok alles andere wäre nicht ok ok ich glaube sie wissen gar nicht wie sie nicht mir geholfen haben ok lieber Evan ich habe lange nichts von dir gehört ich vermisse dich die Kinder auch ich glaube immer noch wir können es schaffen aber ich kann dich mit einem Mann leben dem sein Job wichtiger ist als seine Familie ich liebe dich immer noch das weißt du und ich hoffe dass du mich auch noch liebst bitte ruf mich an wenn du es liest Sharon Oh Sharon oh oh act 6 cat ass trophy katzenarsch trophy Miami Florida wir wir haben heute noch einiges zu erledigen zum beispiel kennst du den strip club an der 77. er macht morgen ruf und der schuppen gehört den kolumbianern veranstalten heute am ne öffnungsfeier und nur für vips wir haben sie es raus gekriegt was denkst du hin ich bin eingeladen bringt eure kanonen mit das wir sorgen dafür dass die party ein knaller wird wir wollen mit den kolumbianern ein krank anfangen eigentlich ist wirklich eine gute idee wir haben leicht mehr Leute als wir nachdem mein Vater starb kamen sie und klauten unser gebiet und unsere geschäfte und unsere müller denkst du das lass ich einfach so durchgehen aber das ist jetzt ein guter zeitpunkt ein besserer wird nicht kommen während wir damit drehen expandieren die und wer ist hier der boss du oder ich sonst noch irgendwelche einwände die sind der boss ich mach was immer sie befehlen na dann abmarsch ich hier was mitnehmen nein anscheinend nicht also geht es hier los hier lang und in das öte wenn ich füße ziehen sich ja wie schadet bodyguard roll dodge killing punches no weapons firepower firepower ich dachte ich hätte was gesehen aber fehlern haben so sieht doch schon mal nicht schlecht aus können wir uns hier irgendwelche waffen ja können wir können tatsächlich waffen nehmen das ist sehr gut jeden fall war es hier unter unten schon mal um einiges einfacher okay die ist wahrscheinlich lehrt so eine neue waffe in schwatten warten wir ab es habe ich so oh gott das war gut fuck Ah, Schnuffelhund. So. Ach, das kann man für Strip Clubs, jetzt verstehe ich das, also ich glaube zumindest dass ich es verstehe. Ich habe den Hund nicht gesehen, die verdammten Passlaken. Geil, dass ich von diesen 20 Schusswaffen, die da liegen, die zwei bekomme, die keine Schusswaffen sind. Was? Ja, so halbwegs hat er es nie gemacht. Oh, der Schnuffel kühlt. Ich habe schon eher gedrückt, ich dachte ich wäre schon tot. Oh, und schon wieder das bekommen, was ich natürlich nicht gebrauchen kann. Oh, ich bin eine Biene. Gib mir doch einfach die scheiß Schrotzeninte. Ja, genau das ist eine Schrotzeninte. Hunde kann man wirklich sehr beschissen sehen. Ich hoffe, das waren bald mal alle Funde. Ja, Floor clear. So, jetzt brauche ich die Schrotflinze. Für das hier. Ja, level clear. Weil, das waren zwei große Räume. Und ich wusste, dass da nur dicke drin sind und deswegen war die Schrotflin die beste Wahl. C plus, naja. Na ja. Der Mist, Kerl, haben wir ganz schön drangekriegt. Was? Das sollten wir feiern, meinst du nicht? Weiß nicht, Boss. Du weißt es nicht? Was zur Hölle soll denn das heißen? Ich glaube, ich gehe nach Hause. Wir sehen uns morgen. In Ordnung. Und warum das? Du hast hier doch alles, was du brauchst. Hilfe nicht. Du musst zu meiner Freundin. Das war ein harter Tag. Junge, das Freunde hatte ich aber ziemlich bei den Eiern. Was? Mein richtiger Mann braucht keine Frauen, um sein Leben zu leben. Sobald du dich in jemandem bindest, bist du im Arsch. Abgesehen davon ist das Mädel viel zu gut für dich. Und da ist alles für dich, dass du bewusst werden. Okay, das geht mir nix an. Geh ihm nach Hause, wenn du willst. Okay, also dann, beziehungsweise morgen. Ach, bevor du gehst, draußen auf den Tisch liegt der Gleichheit für dich. Ich hoffe, damit wir uns freuen, ist okay. Schön. Ja. Danke. Ein bisschen. falta aus. Frau Faust. Und da kommen wir alle auf den Shiten in den meinem flo ich weiß was jetzt kommt die waren vor mir und obwohl sie nicht den fahrstuhl nehmen konnten cool muss ja langsam fahrstuhl sein 20 seconds in dem blot